Herzlich willkommen liebe Chemieinteressierte. Ich begrüße euch zum Video Chemisches Rechnen Teil 1. Das Thema ist Kohle verbrennt. Ein Kilogramm Kohle verbrennt vollständig. Berechne wie viel Gramm Kohlenstoffdioxid dabei entstehen. Zunächst einmal müssen wir uns überlegen, was bei dieser chemischen Reaktion eigentlich passiert. Dafür formulieren wir die Wortgleichung. Kohlenstoff und Sauerstoff reagieren zu Kohlenstoffdioxid. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten. 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 Vielen Dank.